BIK direkt gesund der Podcast. Schon länger fördert die BIK Kurse für Kinder und Jugendliche, die Spaß an der Bewegung vermitteln. Denn die gesundheitlichen Probleme im Kindesalter nehmen in Deutschland zu, wie Sportmediziner Emmertruns Kallisi beschreibt. Wir sehen es daran, dass die Gesundheit leidet, dass zum einen die Haltung darunter leidet. Man geht davon aus, dass bereits schon mehr als die Hälfte der Kinder Haltungsprobleme mit sich herumschleppen oder gerade entwickeln. Man sieht es auch daran, dass die koordinativen Fähigkeiten leiden, die Kinder klettern weniger, sind auch nicht mehr in der Lage, sich so geschickt zu bewegen. Und im Extremfall haben wir auch Probleme schon im Herz-Kreislauf-Stoffwechsel-Bereich. Es gibt Studien, wonach man in Deutschland ca. 5000 Kinder mit Altersdiabetes schon hat. Für vieles davon ist zu wenig Bewegung die Ursache. Empfohlen werden übrigens 60 bis 90 Minuten Bewegung pro Tag. Um dieses Ziel zu erreichen, gehört auch ein eigenes Online-Programm der BIG zum Angebot, der BIG Kids Coach. Entwickelt wurde es gemeinsam mit dem Institut für Prävention und Nachsorge in Köln. Emmertruns Kallisi leitet das Institut. Ihm ist es wichtig, dass es sich bei dem BIG Kids Coach nicht nur um ein weiteres Online-Game für Kinder und Jugendliche handelt. Die Grundidee ist die, dass man sie dort abholt, wo sie heute viel verweilen, sprich am PC. Sie dort mit Informationen, Motivationshilfen füttern, um dann aktiv werden zu können. Das heißt also, das ist eine sogenannte Internet-Applikation mit sehr vielen Informationen, Tests, Checks zum Bewegungsverhalten, zur Fitness, zum Ernährungsverhalten. Immer mit dem Ziel, Motivation zu schaffen, dass man sich bewegt, dass man sich gesund ernährt und das eben nicht vor dem PC vom Bildschirm, sondern eben draußen, möglichst im Freien, in der Schule, mit Freunden, im Verein. Der BIG Kids Coach richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren. Je nach Altersklasse gibt es unterschiedliche Angebote. Die Kids-Version für die Kleineren und die Teens-Version für die Älteren. Wir starten das Programm mit einem kleinen Fitness-Check, also einer Eigenüberprüfung der Fitness, wo man mit einfachen Tests überprüfen kann, wie ist meine Koordination, meine Balance, meine Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Kraft. Beispielsweise, dass man eben auf einem Bein steht, sich kontrolliert, ob man stabil stehen kann oder dass man auch mit Bauchmuskelübungen auch abzählen kann, wie viele saubere Wiederholungen man schafft oder auch im Ausdauerbereich, wie lange man eine bestimmte Ausdauertätigkeit durchführen kann, ohne außer Puste zu kommen. Das Ganze wird dann ausgewertet, je nachdem, wie alt man ist, bekommt Bewertungen, bekommt ein ganzes Fitnessprofil. Je nach persönlichen Stärken und Schwächen entsteht so ein ganz individuelles Trainingsprogramm. Die einzelnen Seiten des Online-Programms sind farbig und übersichtlich dargestellt. Und die Übungen werden sogar vorgemacht. Das Schöne ist, dass die entsprechend vorgeführt werden mit sogenannten Avataren an künstlichen Trainern, die einem genau die Übung im richtigen Timing vormachen. Man sieht auch, wie man es richtig macht bzw. wie man die Fehlerquellen vermeiden kann. Man hat an so einer Art Personal Trainer, der eben das Ganze vormacht. Man muss also nicht sehr viel lesen, nicht sehr viel Text erfassen, sondern man sieht es visuell, spielerisch. Das Ganze kommt motivierend rüber. Und das ist auch das Ziel, dass die Kinder und Jugendlichen Spaß daran haben, das entsprechend nachzuvollziehen und sich natürlich dann auch zu verbessern. Dazu gibt es altersgerechte Hintergrundinformationen zur Muskulatur oder zum Herzkreislaufsystem. Und auch das Thema gesunde Ernährung kommt nicht zu kurz. Der Big Kids Coach richtet sich sowohl an die Unsportlichen, die Unterstützung brauchen, um überhaupt loszulegen, aber auch an die, die schon Sport treiben. Diese erhalten wertvolle Tipps als Ergänzung und können sich so verbessern.